Die Älteren erinnern sich vermutlich, früher hat man seine Musik so geschnitten. Heute haben wir MP3s und die schneiden wir direkt am Rechner. Zum Beispiel, wenn man einen eigenen Sampler zusammenstellen will. Wir hätten gerne einen Song als Klingelton auf unserem Handy, nur leider ist der Anfang zu leise und zu langweilig. Den schneiden wir jetzt einfach mal weg. Dazu benutzen wir die kostenlose Software MP3 Direct Cut, die Sie in unserem Downloadbereich finden. Runterladen, Installieren und schon kann's losgehen. Öffnen Sie einen Song über den Menüpunkt Datei oder ziehen Sie ihn einfach in das MP3 Direct Cut Fenster. Die Oberfläche wirkt auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, daran gewöhnt man sich aber schnell. Hier unten rechts sind die Standard Player Tools, damit könnten Sie übrigens auch MP3s aufnehmen. Das Abspielen starten und stoppen Sie alternativ auch einfach mit der Leertaste. Die anderen Buttons dienen in erster Linie dazu, möglichst präzise Markierungen zu setzen. Die grafische Darstellung des Songs vergrößern wir erstmal, denn je größer die Darstellung, desto präziser können wir schneiden. So. Die Spitzen haben übrigens nichts mit der Tonhöhe zu tun, die zeigen Ihnen die Lautstärke an. Also je höher, desto lauter. Markieren Sie den Teil des Songs, den Sie entfernen möchten. In unserem Fall ist das der langweilige Anfang. Halten Sie dazu einfach die linke Maustaste gedrückt und scrollen Sie mit dem Mausrad. Über die Buttons am oberen Rand können Sie noch fein nachjustieren, so ein Cut muss schließlich genau sitzen. Um den markierten Bereich herauszuschneiden, klicken Sie auf das Scheren-Icon. Das war's. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch die Lautstärke anpassen. Markieren Sie den entsprechenden Bereich oder drücken Sie Steuerung A, um alles zu markieren. Klicken Sie dann auf Bearbeiten und Pegel und justieren Sie die Lautstärke einfach nach oben oder unten. Mit dieser Option können Sie einen Song auch ganz einfach ein- oder ausfaden. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Datei einfach ab. Sie muss dazu nicht neu enkodiert werden und Sie haben keinen Qualitätsverlust. Klicken Sie auf Datei und auf Audio komplett speichern. Experimentieren Sie einfach ein bisschen rum. MP3 Direct Card ist recht leistungsstark und dabei aber super simpel, sobald Sie sich einmal an die Oberfläche gewöhnt haben. Viel Spaß.